Herzlich willkommen bei Howard Jachting GmbH. Wir sind ein Spezialbetrieb für schnelles und sicheres Segeln. Wir verkaufen Segelmasten, Rollwerfanlagen, Decksbeschläge und sind in diesem Jahr natürlich besonders traurig, dass die Bootentpfann nicht stattfindet. Mit unseren Segeln bieten wir ein breites Spektrum. Für den normalen Fadensegler haben wir spezielle Tuche, die nicht ganz so steif sind, aber doch lange halten. Ein Großteil unserer Kunden sind halt auch Langzeitfadensegler, die halt mit ihrem Schiff teilweise um die Welt segeln. Da brauchen wir natürlich ganz andere Tuche, die viel fester sind. Für den Regattasegler haben wir dann wieder spezielle Tuche, wie hier ein Segel aus Folie mit Carbonfäden drin oder mit Aramidfäden. Das ist individuell halt für jeden Regattasegler auch abgestimmt. Ja, die gleiche Unterteilung wie bei den Segeln haben wir bei den Masten. Wir haben einmal normale Aluminiummasten, dann Aluminiumrollmasten und für den eingefleischten Regattasegler halt Masten aus Carbon. Wie Sie sehen, haben wir das mit einem breiten Spektrum zu tun, was sehr beratungsintensiv ist. Und es würde mich freuen, Sie demnächst bei uns am Hause zu sehen beziehungsweise auf der nächsten Boot empfangen. Wie Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie sehen,